Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guten Abend! Zum Thema Schulweg habe ich heute Abend ein Fachmann mitgenommen, welches sich in dieser Materie sehr gut auskennt. Es ist Valentin aus Dietiken. Valentin, erzähl vielleicht gerade mal von deinem Problem. Ja, ich laufe immer über eine Strassen namens Schechlistrasse. Das ist mein Schulweg und ich komme jeden Tag zu spät, weil die Autos einfach nicht angehalten. Aha. Ja, und genau für das, gegen dieses Problem habe ich etwas entwickelt, und zwar ist es das Street Cross Security Set. In diesem Street Cross Security Set hat der Schüler wirklich alles dabei, damit er sicher auf die andere Strassenseite rüberkommt. Man kann nämlich aus dem Set am Fussgängerstreifen einen sogenannten Security Dart zusammenbauen. Man nimmt hier den Basic Ball, und dann schraubt man hier das Stand-up-Stangli oben drauf. Dann kann man oben dran, an diesem Klub, wo das so rum bambelt, hier noch Stoppband rein klemmeln, und schon ist alles bereit. Valentin wird das jetzt gerade vordemonstrieren. Sie müssen sich vorstellen, das wäre jetzt eben die Schechlistrasse. Sie beginnt hier vorne an und geht hier irgendwie dahinter. Jetzt will Valentin hier über die Strasse und rührt den Security Dart einfach über die Strasse aufs andere Trottwahr rüber. Ah! Habe Sie gesehen, wie er sich aufrichtet? Jetzt kann man hier Stoppband ganz einfach abreissen und mit diesem mitgelieferten Spezial-Auto-Kleppband irgendwo an die Strassenlampe machen. Jetzt sehen Sie, es hat sich hier eine klare Situation entwickelt. Die Autos halten jetzt natürlich alle und der Schüler kann ganz gemütlich über die Strasse gehen. Jetzt, damit die Kinder natürlich den Fussgängerstreifen auch wieder aufräumen, und damit habe ich zusätzlich hier noch das Teil entwickelt. Das ist der Stoppband Schnellentsorger. Den Schnellentsorger kann man hier in den Schlitz einfahren und dann zieht man hier einfach am Pistolengriff den Knopf hinter. Und schon ist alles gut. Ähm, jetzt ist es so, falls jetzt wieder erwarten, Ihre Kinder keinen Erfolg haben mit dem Street Cross Security Set, ist es also möglich, dass man auch noch mit gröberem Geschütze auffährt. Gegen so uneinsichtige Quartier-Raudis montieren sie am Fussgängerstreifen einfach den von mir ebenfalls erfundenen Speedkiller 2000. Der Speedkiller 2000 ist noch viel einfacher zum Bedienen für die Kinder, wenn sie über die Strassen wanden, tun sie einfach dort das Hebelchen rauf. Und da, halte das an sich jeder noch. Dankeschön.